Noch 25 Sekunden, Leute! Like, hype, like, hype! Leute, aber ruhig, aber ruhig jetzt! Ruhe, 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 Ruhe! Ich glaube ein neuer Boss oder so! 1, 2, 3, 2, 1! Was geht jetzt? Prost! Minus 3! Was passiert dir? Was war das denn? Was war das denn? Oh mein Gott! Es ist weg! Was passiert dir? Was passiert dir? Stapel! Stapel! Nein! Nein! Was passiert dir? Was passiert hier? Nein! Was? Ich fahre immer weiter runter, Jungs! Hier sind Monster! Schmuck! 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 Hier unten! Hier unten! Was passiert hier? Ich weiß nicht was hier passiert! Bro! ACH! Bro, was ist das? Komm her, komm her! Bro, komm zu mir! Lass uns in den Bunker reingehen! Jungs, lass uns in den Bunker reingehen! Was geht hier los? Was geht hier los? Was geht hier los? Nein, der Lotus-Dempel, Freunde! Nein! Ich schaffe es zu lassen. Seid im Bunker, Jungs! Ich bin im Bunker! Ich komme, ich komme, ich komme, Bro! Was passiert? Bro, was passiert hier? Sagt alle sollen zum Bunker! Alle zum Bunker! Sagt alle im Stream Bescheid! Alle zum Bunker, Leute! Kommt schnell zum Bunker! Alle zum Bunker! Hilfe, bitte! Hallo! Flauschi, komm mit! Wir müssen weiter rein! Flauschi, komm her! Komm! Nur Wasser, ich brauche nur Wasser! Alle rein! Wasser? Ja, jetzt! Komm hoch, Bro! Zu entscheiden und auswachen! Geht alle da rein! Alle zum Bunker, Leute! Was passiert hier? Ja, Bro, wo sind alle? Bro, was ist das für ein Event? Alles ist kaputt, oder was? Ihr seid hier! Brüssel! Brüssel, komm zur Bunker! Ich versuche, die anderen zu holen! Ich versuche, die anderen zu holen! Ich auch von mich! Bro, ist alles kaputt! Bro, das war's mit der YouTuber-Insel, oder was? Warte! 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 Ja, wir hören dich! Ja! Ja! Nein, Leute! Der Lotus-Hempel! Alles, was wir aufgebaut haben, ist jetzt kaputt, oder was? Freunde! Warum? Hä? Hallo? Max, ich komm auch nicht mehr rauf! Liga, Ende! Ich komm nicht mehr rauf! Ich komm auch nicht mehr rauf! Hä? Jungs, was ist grad bitte passiert? Alles einfach kaputt! Ist der Server aus? Server ist aus! Leute, was ist los? Ja, Server ist aus! Hä? Was ist passiert? Das war's! Hä? Was ist passiert? Hä? Das war's! Hä? Jungs, Server down! Hä? Hä? Jungs, was ist grad passiert? Wie hat die Brotoman geschafft, von dem Creeper down zu genutzt und nicht von Meteoriten? Hä? Hä? Was ist passiert? Hä? Ich hab's auf den FPS! Aber lass gucken, vielleicht geht der gleich wieder an! Vielleicht geht der wieder an! Äh... Ja? Das ist zu krass! Was ist das? Ich hab überlebt, Jungs! Ich auch! Ich hab auch überlebt! 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 Der hat direkt explodiert! Ich hab auch überlebt! Ein Totem hat auch gelöst! Er hat nur ein FPS! Seid ihr alle noch live? Seid ihr alle noch live? Ja! Es gibt der Server! Hallo, gibt der Server? Nein! Es gibt nicht! Hallo! Das war's, Jungs! Jungs, ich sag euch! Das war's! Bro, was ist denn das? Das war's live chat! Jungs, wie dumm ist das bitte gemacht aber! Ich dachte, irgendwas geiles passiert! Ich dachte, Säulenregen kommt! Hallo! Das ist der Grund, warum ich den Bunker gebaut hab! Erst war der Grund auf Timmy von der Insel gebannt! Ich hab gar nichts gemacht! Ja, er war's! Das war's! Timmy schuld! Bro! Timmy war's! Ey, geht doch nicht immer auf mich! Hab doch gar nichts gemacht! Bro, ich glaube, dass es Timmy war! Ich sag gerne! Ey, Bro! Weißt du, warum das passiert ist, Digga? Die YouTube-Insel ist sauer auf uns! Einfach alles! Digga! Weil wir die ganze Zeit Scheiße gebaut haben! Ja, aber wir haben die ganze Zeit nur Scheiße gebaut! Wie soll das Server sauer sein? Digga! Wir haben nur Scheiße gebaut! Vielleicht war's der Admin, weil wir nur noch Scheiße gebaut haben! Bei mir geht's wieder! Bei mir geht's! Let's go! Ich bin wieder drauf! Ja, ich bin wieder drauf! Was? Let's go! Ey, guys! Krass, Digga! Nee, bei mir geht's... Bro, hör auf zu labern! Das macht gar keinen Bock gerade, dass du solche Witze machst! Bro, wir sind grad zu... Er macht einfach Witze darüber, Digga! Ey, ey, ey! Jungs, ist euch überhaupt klar, was grad passiert ist? Alles, Digga! Alles vorbei! Ich hab nur gesehen, Lotus Tempel Geschichte, Bro! Ich auch! Alles Geschichte! Nein, aber egal in welche Richtung... Egal in welche Richtung, es war alles kaputt! Also es war nicht nur Lotus! Egal in welche Landschaft ich geguckt hab! Hast du auch Lazy Tongue gesehen oder was? Nein, nein! Wir sind überall Kometen eingeschleitert! Bro, was ist denn jetzt? Ich mach Riesner! Ich mach Riesner! Jungs! Jungs! Ja, geht, Leute! Wir können wieder rauf, wir können wieder rauf! Ja, sehr gut, sehr gut! Tschüss! Was ist das hier von mir? Oh, keine Ahnung! Krass! Wir können sie es vorbei! Alter, vorbei! Ey, klein! Was ist das? Was? Nein! Oh, Mann! Das wegen Timmy, Alter! Hört nach oben! Wir sind die ganze Zeit lustig! Hi, Timmy! Wie ist das passiert, Digga? Timmy, wie heißt du hier eigentlich Discord? Komisch! Ey... Was war das, Leute? Ey, das war's! Ey, das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Ich hab das Spiel mal neu gestartet! Ich hab's auch neu gestartet! Ey, der arme Junge! Ich hab's auch mal Spaß gemacht! Danke, dass du da warst! Hä? 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 Ich würde ganz gerne auch sagen, wenn das jetzt hier wirklich das Ende ist, dann möchte ich mich bei euch allen bedanken, war echt eine schöne Zeit! Danke, Leute! Danke, Leute! Das kann doch jetzt nicht einfach so aufhören, Jungs! Bro, ich zeig die Person an, die das verursacht hat! Ritos! Hatte Game-Neustart, wir machen Game-Neustart! Ja, ich hab's schon neu gestartet! Das bringt nichts, Jungs! Das bringt nichts! Das bringt nichts! Ey, checkt ihr das, Leute! Ey, ich glaub, wir wurden einfach gehackt! Ey, ich hab's selber! Lava nicht! Ich auch! Let's go! Ey, Jungs, hört mal auf mit diesem dummen Witzen, ey! Das macht gar keinen Bock so! Ey, Jungs, hört mal auf mit diesem dummen Witzen, ey! Das macht gar keinen Bock so! Hä? Checkt ihr das nicht? Und ihr macht Witze? Von mir war eh alles kaputt, ey! Das stimmt! Alles Zweck! Es gibt keine YouTuber-Insel mehr! Ist vorbei! Gibt's einfach nicht mehr! Was? Ist Reini drauf oder was? Warte, warte, warte! Hä? Ey, Reini! Gib mal alle in Reini's Stream rein! Es war wirklich sehr cool! Ey, Leute! Bei mir auch! Ich bin gerade müde! Ich bin gerade müde! Ey, ich bin gerade müde! Ey, ich bin gerade müde! Hä? He? Rhyini, was ist das? Wow! Was ist das, Digga? Alles raus! Was ist es denn? Leute, was ist das? Leute, was ist das? Ich bin gerade noch der Niederspieler. Wie ist das? Geist das? Hä? Soll ich nochmal neu starten? Achso, ja. Hä? Äh, äh! Äh, äh! Äh, äh, äh! Äh, 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 was? Was ist der denn jetzt los? Was ist hier denn jetzt los? Was ist die denn? Was ist denn? Was ist das denn? Was ist? Ich mach euch schnell streamern, das müsst ihr sehen. Hä? Ich mach euch schnell streamern, das müsst ihr sehen. Guck mal, was bei mir einfach gekommen ist. Was kommt jetzt? Hä? Er macht ein Fortnite-Event an, schade. Jungs! Wir haben zwei Tage durch und gucken wir auf den Schaden. Jetzt mal Realtalk, was passiert bei Reini gerade? Bro, ich start kurz neu. Mach mal komplett neu, Bro. Wieso kommst du rein und wie nicht? Nur weil du Geburtstag hast oder was? Geburtstag! Ey, was ist das für ein grünes Ding da, hä? Ich hab Alter 4 gedrückt. Leute, das ist schlecht. Hater würden sagen, ist fake. Ist so. Warte, Reini startet neu, dann ist alles gut. Er startet neu, okay. Warte, weil Reini startet, ist der echt neu. Ist der echt neu? Ist der jetzt mal auf Realtalk? Warte, Reini startet gerade? Ja. Ich muss verseiten, warte, ich muss verseiten. Oh, kann man jemanden Admin schreiben oder so? Was denn das hier, hä? Bro, Timmy, du hast doch gestern irgendwelche Gesteiten gesehen. Was hat es damit auf sich? Bro, Reini geht jetzt neu auf den Server raus. Er hat ja niemand geglaubt, er hat ja niemand geglaubt. Ja, wie sahen die denn aus? Jetzt, er connected jetzt. Er hat den Server wirklich outen, guck! Hä? Hä, ist wirklich an? Hä? Hä, ist wirklich an? Hä? Nein, connection refuse. Ihr seid doch, ihr habt ja... Wie geht da noch? Nein, Naja, ich würd betreten, guck mal, Reini treu gerade wirklich nicht. Bist du geladen? also meine theorie leute wir sehen hier eine art existenz würde ich sagen irgendeine grüne substanz das könnte vielleicht so das leben darstellen das leben was gerade quasi generiert wird vielleicht eine neue welt vielleicht irgendwas was mit einer neuen welt zu tun hat so dass sie ist natürlich gegenstück hiervon das böse feuer lava vielleicht wenn das hier entstehen sollte weil es gibt ja immer gut und böse wenn das entstehen sollte gibt es natürlich auch die gegenpartei also das böse vielleicht nether eine neue welt und dann wieder nether oder so dann habe ich noch die zahl 293 müssen herausfinden was das bedeutet dann gehen wir runter da haben wir die drei kandidaten gesehen die alle mit a anfangen alphastein andre amir wir hatten erst die theorie dass das vielleicht alles alphabetisch geordnet ist weil wir danach weiterhin ein a hatten für evive dann kam das erste b b für brexit und dann das erste c candy dann kam nach paar minuten später weitere charaktere max m ne andersrum f flauschi dann kommt das e mbk und dann max m dann ging es hier weiter lofty kian und odoman aber alphabet macht keinen sinn leute weil hier yummy mit y anfängt blackjack mit b und timmy mit t es würde nur sinn machen wenn blackjack hier nicht in der mitte wäre timmy blackjack yummy und weiter später kam reinys kopf alleine und danach kam ich auch alleine freunde und seitdem wissen wir nicht was passiert ist